Hey, schön, dass du da bist und dir Zeit für diese Meditation nimmst. Bitte achte darauf, dass du für die nächsten Minuten vollkommen ungestört bist, damit du dich voll und ganz auf die Meditation einlassen und dich in einen Zustand der absoluten Ruhe und Entspannung begeben kannst. Lass uns beginnen. Finde eine bequeme und aufrechte Position im Sitzen. Gerne den Schneidersitz. Wenn du magst, setz dich gern leicht erhöht auf eine gefaltete Wolldecke oder auf ein Meditationskissen. So kann sich dein Becken aufrichten und dein Rücken gewinnt an Länge. Sollte die Position für dich unbequem sein, kannst du auch gern den Fersensitz oder eine andere Position deiner Wahl einnehmen. Finde deinen Sitz und dann erlaube deinem Becken ganz schwer zu werden. Verwurzel dich über deine Sitzbeinhöcker satt in den Boden. Schick deine Scheitelkrone Richtung Himmel. Zieh dein Kinn ganz minimal Richtung Brustbein. Spür die Länge und Aufrichtung deiner Wirbelsäule und die sanfte Dehnung in deinem Nacken. Roll die Schultern zurück. Lass sie ganz schwer werden und spür die Weite und Öffnung in dein Schlüsselbein. Wenn du das Bedürfnis hast, auch deine Handgelenke zu kreisen, deine Finger zu bewegen, vielleicht sogar deinen Kopf ein paar Mal von der rechten zur linken Seite zu kreisen, dann fühl dich hier ganz frei und mach intuitiv die Bewegung, die es für dich jetzt gerade in diesem Moment bedarf, um mögliche Spannungen zu lösen. Wenn du soweit bist, leg deine Hände entspannt auf deine Oberschenkel oder Knie, lass die Handflächen nach oben oder nach unten zeigen. Dann schließ sanft deine Augen und nimm dir die Zeit, um bewusst anzukommen. Spür deinen Körper, deine Aufrichtung, deine Präsenz. Und dann wandere mit deiner Wahrnehmung deine gesamte Wirbelsäule entlang, vom Steißbein bis zur Scheitelkrone, von der Scheitelkrone bis zum Steißbein. Richte dich auf und spür deine innere und äußere Größe. Entspann dein Gesicht. Lass deine Stirn und deine Wangen ganz weich und schwer werden. Entspann den Kiefer. Nimm alle Mimik raus. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Nimm wahr, wie jede Einatmung kommt und jede Ausatmung geht. Einatmen. Den Atem wahrnehmen. Ausatmen. Ankommen in den Moment. Einatmen. Den Atem wahrnehmen. Ausatmen. Ankommen in den Moment. Ausatmen, ankommen in dem Moment. Ein und aus. Lass dein Atem in all seiner Natürlichkeit fließen, durch dich durchströmen. Spür, wie mit dieser Einatmung die kühle Luft durch die Nase einströmt. Und mit der Ausatmung, angewärmt, wieder ausströmt. Mit jeder Einatmung, stell dir vor, du kannst Frieden und Entspannung aufnehmen. Und mit jeder Ausatmung ganz schwer werden, alle Anspannung, alle Sorgen abgeben. Erlaube es deinem Körper und Geist, mit jedem Atemzug zu entspannen. Einatmung. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn Gedanken aufkommen, dann lass sie kommen und lass sie wieder gehen. Lass sie wie Wolken an dir vorbeiziehen, während du deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Atem lenkst und das Gefühl der tiefen Entspannung und Ruhe wieder vertiefst. Lasse deine Gedanken und deine Gefühle zur Ruhe kommen und vertraue dich dem Fluss des Atems an. Und dann nimm wahr, wie du mit jedem Atemzug ruhiger und ruhiger, stiller und stiller wirst. Einatmen, innere Ruhe. Ausatmen, entspannen. Entspanne deine Hände. Und dann stell dir vor, du schickst deinen Atem direkt durch deine Handflächen. Spüre mehr Leichtigkeit in deinen Fingern und Fingerspitzen. Lass die Handgelenke vollkommen los, vollkommen schwerelos werden. Alles, was heute von deinen Händen berührt wird, wird berührt von deiner friedlichen und positiven Energie. Und während du ein- und ausatmest, spüre, wie sich auch dein Herzraum mit innerer Ruhe füllt. Spüre die Leichtigkeit in deinem Körper und deinem Geist, die dein Atem mit jeder Ein- und Ausatmung in dir kreiert. Erlaube es deinem Körper und Geist, mit jedem Atemzug vollkommen loszulassen, vollkommen zu entspannen. Erlaube es deinem Körper und Geist, mit jedem Atemzug vollkommen loszulassen, vollkommen zu entspannen. Erlaube es deinem Körper, mit jedem Atemzug vollkommen loszulassen, vollkommen zu entspannen. Und was auch immer du jetzt gerade in diesem Moment empfindest, lass es ein Teil von dir werden. Nimm es an. In Dankbarkeit. Freude. Und in Vertrauen. Und in Vertrauen. Und dann ganz allmählich lasse diese Meditation zum Ende kommen. Vertiefe dein Atem. Öffne sanft deine Augen. Und nimm dir die Zeit, um deinen Blick wieder klarer werden zu lassen. Bring eine Hand auf den Bauch und genieße den inneren Frieden, die Wärme und die Ruhe, die du erschaffen hast. Komm jederzeit zurück und erschaffe dir diese Insel der Ruhe in dir selbst. Denn alles, was du brauchst, ist schon längst da in dir. Bring die Hände, bring die Hände vors Herz, Handflächen aufeinander, Daumen berührt dein Brustbein, heb den Blick. Zieh die Mundwinkel nach oben, zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein wunderschönes Lächeln und gehe voller Dankbarkeit, Freude und Zufriedenheit in den Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Malaste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020